Moin Moin Freunde und willkommen zu einem neuen Part Let's Play TTT hier auf dem Konfi-Kanal heute mit dabei der Daniel der Bernie der Sub der Floh und der Rafa Joppa Lehmann abend guterabend nach Ritz Hallo hier ist der Fluss der Reinheit ja und aus der Sorge so groß für die Anzahl an Leuten komm mal wie sie alle lecher werden ja und dann sind auf Alps das haben wir glaube ich im Let's Play noch gar nicht gehabt Moin Daniel Ok hier geht zum Bomben Spot an Rafa ist Detektiv ok Rafa muss beschützt werden da wir ja in das Hell sind wir unten links wer dort Detektiv ist dann ist bestimmt Traitor also muss das wohl sein ich bin natürlich auch dabei wieder ich muss ja hier die Sniper Action liefern Ah sehr schön Na gut, ich glaube hier kann ich verbrauchen Rafa oder? Ja komm, da hab ich vorhin als Traitor aber auch zwei Headshots verteilt Gott wird da oben in unserer Warm-Up-Runde nur weil du drei mal drei Headshots verteilt hast jetzt komm wieder runter von dein Berg des Zorns Ohr nach vorne am Berg des Zorns Oh, hier liegt ne automatische Sniper ist er noch besser Na wer kommt denn da, wer will mich denn machen? Flo Und Berni, Berni, du kannst dich mal verpissen Das ist bestimmt die automatische, die ich getroppt hab Achso, Junge, willst du schon wieder hier Flo wegmachen? still, leiser und klammheimlich Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich bin von Flo weggelaufen Hä? Du bist ja direkt an mir vorbeigelaufen Hey Daniel, guck mal hinter dir Oh, das Jagdgewehr hier Alter, Daniel! Okay, du hast ne Digge, damit es nicht zu Spaß wird, ne Digge und ne Shotgun Achso, auf dem Nahkampf würde ich mich damit nicht anziehen Ne, das mach ich auch nicht Daniel, verzieh dich, du brauchst gar nicht in meine Richtung gucken Was soll ich da in deine Richtung gucken? Dreh dich noch einmal um und du bist tot Flo, äh, Berni Ich dreh dich nur halb um, das ist ja was anderes Zuschauer, ich hab's angekündigt, wenn er sich noch einmal umdreht, ist er tot Dreh dich noch einmal halb um und du bist auch tot Moin Daniel Moin Rafa Oh Gott, wer kommt nach, ah, Jung will jetzt bis jetzt mich Blatt machen, ja? Der Detektiv, ich hab nur Daniel angeguckt Ich brauch mal ein bisschen keine Pistols, oder was? Ich brauch mal Mundi Willst du ne Piste haben? Nö, ist nicht so wichtig Ich hab das Oho Oh, danke Ja, ich bin ja innocent, muss der Detektiv, muss er überlegen Ne Oh, das ist ruhig Autsch Boah Insidery ging direkt neben dir hoch Okay, da kann nur Daniel das Sub in der Nähe gewesen sein, weil wer wäre Ich bin ja nie, du brauchst gar nicht zum Untergrund drin Wer ist denn da drin? Rafa? Ja, ich bin noch da, ich frag mich gerade, wer hier gerade in den, äh, zum Bombenspot B gegangen ist Aha, und warum kriegst du keine Antwort? Was, weißt du denn überhaupt? Ich hab gesagt, ich bin im Untergrund, ich weiß nicht was Dann war das Wurst-Sub Okay Aha Lucha Underground Lo Flogum dann in deine Richtung Ich glaub, Bernie ist einer Jo Es gehört Wieso? Moin Daniel Weil ich das einfach glaube Nein Das ist einfach ein Gefühl, Bernie ist eh schon pisst auf mich, weil ich ihn, weil ich 200 Traitor war als erstes weggehauen hab Klopf, klopf Willst du? Ja Moin Kildi Moin Kildi Und Dennis stürt mitten in der Aufnahme Sind wir wohl gleich einer mehr? So wie sich das gehört Natürlich Sind wir gleich einer mehr Sehr gut, Moin Dennis Moin Dennis Moin Dennis Gagagari Sub, das ist glaube ich, ich hab noch n's gehört Nein Ja, ich hab auch n's gehört Ich bin's aber nicht gewesen Wer soll's denn sonst gewesen sein mit Alice? Keine Ahnung Ich hab noch jegliche volle Munition meiner Waffe Wer mich sieht, den Drop ich sehr gern, der kann sich das angucken Daniel, wo Daniel ist es? Alles ist zuvoll, er ist sich aus dem Gucker Die ist sich hab mit Garliel Fuck! Daniel, fuck! Okay, ab Daniel Danke, ich mir ist doch glatt die Muni ausgegangen Sehr schön Damit ist es wohl doch nicht so Ja, ich hab es ja wohl, äh Da drüben ist Dann hier komm ich, dann bleibt noch Bernie Da bleibt bloß übrig Ja Ich glaube, Bernie ist das Bernie ist auf der anderen Seite Owa Da drüben, 4000 Meter in die Richtung Okay, hier Oh! Ja, Flo Jawohl Wer lebt noch? Flo? Jawohl! Ich sag halt noch Flo Das war echt Flo? Ich sag auch noch Flo Wer lebt noch? Wer ist das? Ich hätte nicht gedacht... Ich hab echt gedacht, du bist in uns hin und Bernie ist das Wow, stark gespielt Flo Wirklich Sehr gut gespielt Oh, ich hab auch noch gesagt Flo kommt in deine Richtung Eine Runde dazu Dennis, wir sind auf Bernie-Server, weil Cooper ja nicht da ist, deswegen Ja, ich weiß, ich suche gerade Das ist meine Wenigstens konnte ich Mario noch mitnehmen Schön von hinten mit der Pumptschockgang Wenn sich die Gelegenheit bietet Ja, das bin ich auch nicht gut Ich bin die Glamour Super, ich bin die Glamour Super, ich bin die Glamour Ah, doch, aber Ja, ich bin die Glamour Leut nach vorne Flo Wer mehr keiner mehr, ja, gut Hallo, Sack Hm, zeig mich an Einmal aus, einmal an Äh, ist da gerade jemand verreckt, oder war das einfach nur Einmal tot? Flo immer noch Hier sieht Daniel Der war innocent Der ist gestorben durch eine Shotgun Nee, äh Nee, durch eine MP5, nee, nee, doch Shotgun Hey, das ist schon mal Hier ist ein Shotgun gewesen Wo ist er denn? Wo ist er denn, Jung? Leute, direkt neben ihm liegt auch ne Shotgun Ich denke mal, der Traitor hat seine Waffe weggeworfen So, ich hab jetzt ne Daniel hat den automatischen Sniper Wer ein automatisches Sniper hat, ist es Ich hab die gerade auch genommen Ich hab die gerade auch genommen Ich hab auch gerade eine automatische aufgenommen, also Aber das war direkt neben dir, ob das Aha Von der Pumptschockgang getötet Ich habe, da liegt aber keine Pumptschockgang daneben Ich hab nur normale Warum sagt er mp5 Navy, ne, 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 mp5 Navy Ich hab Schottgander gesagt, dass sah für mich aus as-mp5 Das steht doch dabei Ja, ich hab da nicht draufgekriegt aus Bild ja ist doch ganz klar eine Pummshautgang Moin Flo wo ist Jung denn jetzt? das hat mich hier gleich gemacht ja geil, mein Internet ist wieder ah, da ist Ab sind wir jung geworden, aber ich konnte ihn nicht sehen das ist nicht normal, ich aktualisiere den Verlauf und es zeigt nichts ja, das ist mal wieder kontraproduktiv dann würden wir nachschauen gehen wirst du doch Berni's Server nehmen, wahrscheinlich ich weiß, Berni bis wir nach dem Runde mal kaufen betreten ist die eine Map selber antwortet nicht bis über Verlauf rein, nee, über den Verlauf kann ich nicht, weil er Verlauf nicht anzeigt, merkenwürdigerweise müsste ja nicht vielleicht, dass wir runden durchgehen, was wir das gibt das machen wir dann in der nächsten Runde in der nächsten Map in der nächsten Map noch Mario, was machen wir in der nächsten Runde? ja, nee, Berndi, Berndi, Berndi was ist, ist das Berni jetzt? nein, 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 ich glaub noch ach so, weil du so Berndi, Berndi und dann warst du ruhig der Koppel ist auf mich zugelaufen weil irgendjemand hat auch von Dani die Waffe aufgenommen in Berni ja, da ist die Schöne, die bei Daniel lag aha, weil da liegt das ein Riefel daneben ja, der hat er davor ok hab ich beobachtet hey Flo hey bleib jetzt mal hier in der Ecke wo ist die denn? Oh Gott, wir stehen da Flo steht da ich dachte schön wo stehst du? ach da hinten stehst du hi hallo Rafa da kommt Berndi denn da hinten, das ist immer noch Flo nee, das war Berndi, ne? ja, ich glaub auch Berndi läuft mir hinterher oh, ich werd angeschossen, ich glaub es ist jung ja, jung müsste es sein, ja, jung ist es dann wieder andere nehm ich mir hab ich jung hab ich jung hab ich jung wirklich die Waffe von Dani geschnappt ja, ich hab jung was? was auf Berndi? auf dem Weg in die Richtung ich hab auch auf jung geschossen ja dann identifizieren mal oder geh da weg ja, hier ja, und womit wurde er gekillt? mit meiner Waffe ja, Berndi muss jetzt gar nicht in meine Richtung kommen wo ist er ab eigentlich, lebt er noch? und schläft noch Ja das was der f*** Berni warum schießt du mich auf 5 runter? ja der f*** ja der f*** berni hat mich echt angeschossen ja ich hab's dir bei mir halt voll den header gegeben und wer hat dann in den Fluss der Reinheit gesprungen? mhm in den Wald der Reinheit das war Flo ich ja Wtf berni, warum hast du das getan? ich war ein Partner ich weiß die Worte die Wurzeln überlebt und nicht überlebt das ist nicht unter ja wirklich wollen als später geprüft du musstest du konntest reißen was man darf wieso hat so geprüft werden so hat so hat Minuten vor oder schon Sekunden vorher gesagt werden ist da auch hat aber keine Beweise gehabt bei mir mal wieder gelegt Rafa wurde geschossen, deine war tot und ich hatte nichts gehört ja er kam am Anfang die Runde direkt zu mir und hat den Händen zerbrochen du hast dich auf 5 runter geschossen Klammer, still leise Rafa ich meine hättest du in Anführungszeichen Proven hätte machen können, wenn er dich komplett getötet hätte wenn er sagen könnte ich hab einen Traitor gebildet weißt du er schießt mich einmal an, lässt mich damit zu fliegen stehen und lässt Rafa also hat Rafa mich dann töten lassen ja ich dachte, hä, warum krieg der jetzt so einen reingedrückt ja von Penny ich dachte erst Flo war das da ja Bernie stand direkt neben ihm und hat ihn erst mal schön in eine Reihe gezogen weißt du und kriegst keine Minuspunkt, du weißt du, wir wollen wieder noch abgackt nach da unten dann könnte ich dich natürlich easy von der Seite machen ich bin zwei Mal schwerer gekillt hat als erstes alles zusammen grüßestisch ich hoffe, wie viele Autosneider liegen hier jetzt überall weil es ist egal hier Spawn schon drei, hier noch eine wäre ganz cool ab dann die Nummer 1, Acht Moment, ich bin die Tektivon, gibst dir die Waffe hahaha macht Sinn Berndi, ich lauf da jetzt hin, ne Nein, danke Eis ab was machst du da, Berndi Kannst du mich töten, natürlich ja, ich bin ja jetzt die Tektivin, wie wir ja keine Innocenten wecknallen vielleicht Innocenten aber Berndi, da redet ich immer noch Flo da kannst du doch mal stark vorausgehen hä, ich hab keinen anderen bisher außer Flo gesehen oh, ups wenn ich dich unterstitzt hab doch, uns hat ihn schon mal gesehen wir hatten ihn schon mal gesehen da ist einer gestorben ich hab dich gestorben durch irgendeine Granate oder Bombe oder irgendwas oder dass Berndi in den Fluss der Reinheit gesprungen der ist da reingesprungen und lass raus der Kelk ist so jetzt mal reinzukommen Moment, schieß mich mal jetzt nicht weg hier, wer eben bei mir war Dennis? Ja, ich hab Daniel mit dir Berndi ist runtergesprungen Dennis, du könntest jetzt nach-joint theoretisch Berndi ist einfach runtergesprungen toll, Berndi ja, wahrscheinlich, weil er Dings auf den Server holen wollte Dennis hat schon ein paar Mal nicht geantwortet vielleicht so ein Gott auskommen oder so hat er nicht eben grad was gesagt? Schau mal, Berndi, was ne Aktion Hallo Flo Okay, du bist Detektor Flo Ach, dir muss ich mich nicht umschauen Nee Junge, ich bin hinter dir nur so zu deiner Info Irgendwo hinter dir Irgendwo hinter dir Da Flo mir grad entgegenkam wollte ich dir nur schon mal sagen nicht, dass du dich leicher schreckst, wenn du mich siehst Ja, da ist er Und wer steht da neben dir? Sagen wir kurz entlang, glaube Ich hab's auf meine Gali gegeben, ich bereue das jetzt schon Wenn man schon, ja Wenn ich mich nicht umschauen Das war's Und ich mach jetzt genau Sniper Ding, ja genügend rum Wow Dennis? Dennis? Okay, das war wirklich tot, afk, irgendwen wenn er ist aber kommt und geschockt geben ist tot dann werden einfach und so und ich glaube dass er hab ihn sehr gut der obort an ist da und da dann ist das nur noch flue oder raffa ja dann ist es so flogen er macht den wächeln wird ja immer ein paar 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 auf der erhältnis floh aber verschießt auf die Uhr Mal gucken. Wow wow. Das bleibt mal bei mir. Ja, ich hab eh plus noch 2 Leben. Darf ich euch jetzt sehen, was passiert ist? Ich hab mich verklickt, hab aus der Sehnen Fiskom geworfen. Er stand direkt an der Kante und ist dadurch runtergefallen. Hab ich ja aus dem richtigen die Gali gegeben. Genau. Das war wirklich so aus der Sehnen. So, ich wollte eigentlich meine Waffen durchwechseln, aber aus der Sehnen weggeworfen. Da dachte ich so, scheiße. Nein, stopp. Oh, fuck. Auf einmal, oh, oh. Das ist dann wieder drauf, ja. War wohl doch wie Verkehr. Oh, also. Was soll ich mit einer Gali? Was soll ich mit einem M16-er? Ja, also, ich bin mit einem automatischen Sniper-Tausch. Ja, aber ich will, ich brauch' ne Autosnive, einfach keine normale. Ja, aber ich brauch' ne Autosnive, keine normale. Ja, nur noch erstmal eine Sniper. Papa, ich hab' Autosnive, ich nehm' die Gali. Ja, ich hab' auch eine. Hier liegen zwei Galiels rum bei mir. Wo bist ihr eigentlich? Ja, auf der anderen Seite vom Haus. Ja, ich merk' das schon. Peng, 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 peng. Oh, da kann man so leicht aus der Ruhe bringen. Das ist genüsslich bei TTTT, den kann man so leicht aus der Ruhe bringen. Ja, ich bin halt sehr schreckhaft. Aber ich hab' die auch schon mal weggemacht. Also. Ja, und ich war da innocent. Ja. Immerhin. Immerhin hat er einen weggemacht. Ja. Hab' ich dir da. Also bei einem Mal weiß ich nur, dass ich den sauberen Headshot gegeben hatte. Ah, wow. Kunststück. Ja. Kunststück. Ja, Kunststück. Was in TTTT gar nicht mal so einfach ist. Ja, manchmal, weil die Kollisionsabfrage, die manchmal ziemlich komisch ist. Nein, Flo, 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 Flo. Wo bist du denn? Möglicherweise verteil ich immer wieder Headshots. Flo dreht sich gar nicht um, wenn dann ein vorbeiläuft. Doch, hab ich gerade. Hab' mir länger abgewartet. Aber komischerweise kommt's auch immer wieder vor, dass man direkt auf den Kopf schießt und da war mal nichts passiert. Von dem her. Da steht ein Mario. Daniel, du brauchst gar nicht zu mir hinkommen. Daniel, verzieh dich. Komm nicht so straight auf mich zu. Und da liegt ein Bernie. Okay. Und da kam Sub aus der Richtung. Da kam Sub aus der Richtung. Mit welcher Waffe? Mit welcher Waffe? Auto-Sniper. Okay. Mario, hab' ich ne Galli oder hab' ich keine Galli? Du hast ne Galli. Aber geh' mal weg von mir. Dann war das Raff... Aber Raffabit, dann war das Daniel. Hä? Ich hab' ne Pump Shotgun. Ja, die hast du gewechselt. Nein, ich hab' seit Anfang gar nicht Pump Shotgun. Gut, da liegt ne Shotgun vor, Bernie. Ja, okay. Dann war... Dann ist das Daniel. Ah, ich... Warum soll ich von ner Shotgun auf ne Shotgun wechseln? Nee, du hast ne automatische Sniper gehabt und hast dann gewechselt. Ich hab' keine automatische Sniper gehabt. Doch. Also, ich glaub' das ist Daniel. Starlight, ich war gar nicht in der Richtung. Komm, schieß mich weg. Das sind deine Minuspunkte. Dann mach' ich dann auch, wenn ich dich sehe. Na dann mach' doch. Ja, wenn ich dich sehe! Hm? Daniel? Scheiß ab! Daniel? Oh Gott! Flur! Ach, Bernie war die Taktiker. Hast du den DNS genau? Aha, Raffabit hat ne Autosniper? Ja, aber Raffabit bin ich die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ja, Flur ist ganz eh! Okay, echt? Der war da, der hat keinen Schuss abgelassen. Nee. Die ganze Runde bin ich dem hinterher gelaufen und nachdem Bernie truf war, hab' ich ihn dann verlassen. Ja, ich hab' mich jetzt zusammen gesehen. Ähm, Flur? Aber wenn's Zapp aus der Richtung... Flur, hast du nicht den... Zapp hat ne Galil. Ich hab' ne Galil. Aber der hätt's ja auch wechseln können. Ja, aber ich glaub', dass du die gewechselt hast. Und du brauchst jetzt gar nicht auf mich zukommen. Dreh um! Dreh um! Ich lauf' hier nur lang! Dreh um! Ich lauf' hier nur lang! Dreh um! Ich guck' mir das mal an bei euch da. Er kommt hier übers Wasser? Ich? Ach, Flur. Okay. Dann sind wir alle auf'n Haufen. Geh' mal lieber hier weg. Ich hab' immer noch keine... Flur, hast du den DNS-Scanner von Bernie nicht aufgesammelt? Äh, ne. Okay, schade. Hätt' ich rechtsklick auf Bernie machen können und dann hätte er dir Perra da angezeigt, wer ihn gekillt hat. Nö, moin Daniel. Ich glaub' das ist Daniel. Pass bloß auf Rafa. Wahrscheinlich war's er selber. Ich weiß das nicht. Ich war die ganze Zeit bei Rafa. Ja, das kann ich bestätigen. Rafa die ganze Zeit bei Rafa. Rafa und ich feiner komplett raus. Rafa könnte der zweite sein, aber... Aber... Okay, Zapp. 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 Zapp ist da bei dem Haus unten. Rafa bist du der zweite? Nein, du bist der zweite. Rafa ist das. Rafa ist das. Rafa läuft. Rafa, hast du ihn weggemacht, Zapp? Ja. Rafa ist das. Rafa ist das. Rafa ist das. Rafa läuft. Rafa läuft. Rafa läuft. Rafa, hast du ihn weggemacht, Zapp? Rafa, aber schon ganz am Anfang der Runde, was? Rafa ist das. Rafa ist das. Rafa ist das. Rafa ist das. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao. Nächste Runde mit mir.